Ekaterina Leonova deutete zuletzt immer wieder an, dass es ihr aktuell sehr schlecht gehen würde, jetzt kam die Let's Dance-Tänzerin ein kryptisches Update. Und die Fans sind sicher, dass sie und Timon Krause getrennt sind. Ekaterina Leonova, Let's Dance Beauty weint bei Instagram. Was ist bloß bei Ekaterina Leonova, 36, los? Eigentlich hätte die beliebte Let's Dance Beauty derzeit allen Grund zur Freude, denn seit wenigen Wochen ist offiziell bekannt, dass sie sich 2024 auf einen neuen TV-Job, nämlich als Jurorin bei Das Supertalent, freuen darf. Doch vor wenigen Tagen zeigte sich Ekater plötzlich weinend bei Instagram und deutete an, dass es ihr derzeit sehr schlecht gehen würde. Die 36-Jährige sprach unter anderem von Schmerzen, gegen die es keine Medikamente gibt. Fans glauben an Trennung von Timon Krause. Logisch, dass sich viele Fans große Sorgen um die Let's Dance-Tänzerin machen und sich fragen, was bei der RTL-Bekanntheit vorgefallen sein könnte, doch darüber möchte Ekaterin lieber schweigen. Vor wenigen Stunden gab sie ein Update und erklärte, das kann ich euch leider nicht erzählen. In dieser Situation sind auch andere Menschen einbezogen, die ich sehr liebe und die ich sehr gerne vor der Presse und jeglichen Diskussionen und Spekulationen schützen will. Da andere Menschen einbezogen sind, akzeptiere ich die Privatsphäre von diesen Menschen und respektiere auch ihr privates Leben. Doch für die Mehrheit von Ekaterina Leonovars Followern scheint festzustehen, dass ihr Gemütszustand mit Timon Krause, 29, zusammenhängen muss. Die beiden bestätigten eine angebliche Beziehung nie, doch in den letzten Monaten gab es immer wieder Indizien für eine heimliche Liebe der zwei. Nun glauben allerdings viele Fans von Ekaterin, dass die angebliche Beziehung ihr Ende gefunden haben könnte, wie die Kommentare im Netz zeigen, tut mir ehrlich leid, dass es mit Timon vorbei ist. Hatte ich wohl doch recht und er wandelt wieder mit seiner Ex an, schreibt ein User beispielsweise. Ob das allerdings stimmt, wissen nur Ekaterina und Timon selbst. Die 36-Jährige meldete sich kürzlich erneut und erklärte, weshalb sie das Ganze überhaupt öffentlich gemacht hätte. Demnach sei sie alleine und ihr sei es einfach nicht gut ergangen. Dennoch erklärte sie, vielleicht war das ein Fehler von mir. Das ist das Ganze. Das Ganze ist natürlich angeblich Unterkommend. Das Ganze ist tatsächlich auch nicht mehr.